Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Und zwar zeigen wir jetzt unsere kleinen Babys, die schon gewachsen sind. Alle haben ihre Augen super offen und alle können schon sehr gut gehen. Ja, und das sind unsere kleinen Babys. Und natürlich ist die Körchen auch gekommen. Das ist Betty. Sie hat Stehohren, ist ein Mädchen. Das hier ist Tabby. Das ist ein Mädchen, die hat Knickoren, wie ihr seht. Und das ist Stuart. Ein komischer Name, aber er kennt bestimmt diese Maus. Und irgendwie mocht ihr den Namen. Das ist also Stuart, das ist ein Knickoerkrater. Die sind alle gewachsen. Und man kann jetzt auch sehen, wer Knickoer hat und wer nicht. Wir haben zwei Knickoren. Die haben gerade gegessen und wurden von daher noch geputzt. Deswegen könnte sie ja ein bisschen nass noch sein. Und ja, deswegen machen wir jetzt ein kleines Video, damit ihr sie mal seht, wie sie gewachsen sind. Hier ist meine Hand zum Beispiel zum Vergleich. Ja. Schon sehr groß. Und die Schwänze ist jetzt auch süß. Ich denke, wir können auch gar nichts. Wir versuchen sie irgendwie ranzulocken, damit sie in die Kamera gucken. Ist sehr schwer, wie ihr seht. Aber es hat halt bei Sekunden geklappt. Sehr anstrengend, diese Babys. Das ist unsere Batzie. Und das ist unsere Zügerchen. Okay, also wir versuchen jetzt jeden vorzustellen. Jetzt ist Kitty noch angekommen. Vielleicht steht jetzt ein bisschen still. Es ist unmöglich mit diesen kleinen Kästchen ein Foto-Toot zu machen oder sie normal zu filmen. Kitty binde sie doch ein bisschen. Ja, also ich glaube, ihr seht sehr gut. Das ist Stuart. Er ist ein bisschen vorsichtiger, wie man merkt. Ein sehr ruhiger Kater. Gut zum Fotos machen. Oder zum filmen. Betty ist da sofort hier rumgerannt. Erst werde ich noch ein bisschen fotogen. Hier sieht man ihn gut von der Seite. Jetzt macht er noch einen Umdreher. Sehr fotogener Kater. Das ist Tabby, unser Knickermädchen. Ich habe mir eine Blockade hingelegt, damit sie nicht sofort nach vorne rennen. Sind wir wieder in den Katern, wie man, in das Video geht? Dann bin ich nicht fertig. Aber die sind schon wunderschön! Sie ist auch sehr fotogen, wie man sieht. Hier sehen wir Kitty. Sie ist super fotogen. Und hier sehen wir noch Bella, die Mutter von den Babys. Sehr königliche Katze. Das war's dann mit unserem Video. Hier haben wir alle drei mit einer Blockade, damit sie nicht nach vorne rennen. Anscheinend sind sie sehr schlau neben einem Umweg. Tabby ist Stuart, ich meine Betty und das ist Stuart und die dritte ist Tabby. Das war's dann mit unserem Video. Hier sehen Sie noch alle drei, solange sie noch sitzen und tschüss.